Herzlich Willkommen zu einer neuen Kampagne. Ich versuche jetzt die Welt auf Huberty Kampagne so schnell wie möglich euch zu zeigen. Bis ich endlich, also bis, dann Head of the Storm rauskommen. Dann beginnen wir ja sofort. Wie ihr ja seht, ich habe angefangen, aber bin nicht wirklich weit gekommen. Dann spielen wir wieder mal auf schwer und dann auch okay. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Ich hätte es wissen müssen. Zum Teufel Tykers. Ich schwöre es man, ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt die Zerg behalten ihren wehrzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten bis wir abgeholt werden. Blizzard Entertainment präsentiert. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lange wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Tja, es wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tykers. Was wichtig hat? Was wichtig hat? Hat's kaum noch erbaut. Los geladen. Bestellierte Verwaltung Fertig. BWF bereit. Nicht genug Respin-Gas. Was nicht passt, wird passend gemacht. BWF einsatzbereit. Nicht genug Respin-Erweiterung. Fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. BWF bereit. Kommt noch was? Bereit machen, Jungs. Na kommen Sie. Durchladen und entsichern. Ganz kaum hier komm ich. Immer mit der Ruhe. Abmarschbereit. Räu mich schon drauf. Positivier. Bereit. Los geht. Das Intro ist ja richtig. Durchgeladen und entsichern. Nicht genug Respin-Gas. Nicht genug Respin-Gas. Nicht genug Respin-Gas. Nicht genügend Mineralien. Ja. Alle Gespräche uns zu zeigen. Wir sind einsatzbereit. Wenn es wieder was Neues gibt. Nicht genug Respin-Gas. Nicht genügend Mineralien. Alle, die das hier hören können. Wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns. Bereit machen, Jungs. Nicht genug Respin-Gas. Nur zu. Verwichtiert. Aber sicher. Nicht genügend Mineralien. Benötige Warte. Die Puls. Sicher. Worauf soll ich ballern, Sir? Befehle erhalten. Kommt noch was? Benötige Warte der Depot nicht genügend Mineralien. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Losgeladen und entsichert. CBF bereit. Geht raus. Ich kümmere mich drauf. Was ich sagen wollte, ähm... Ich werde euch erst alle Gespräche und so zeigen, wie wir den Anfang sprechen. Okay, dann fangen wir mal an. Worauf soll ich ballern, Sir? Button. Nicht genügend Mineralien. Benötige weitere Depots. Nicht benötige weitere Depots. Was liegt an? Nicht genügend Mineralien. Kommt noch was? Schlechte Neugau. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Bereit machen, Jungs. Nicht genügend Mineralien. Kann's kaum noch erwarten. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ja. Nicht genügend Mineralien. Ja, ein Teil des Biegelslandes. Ja, das wird immer ein ganzes Biegelsland. Kann's kaum noch erwarten. Ob ich die Gespräche rausschneide oder noch nicht, Ja, ob ich dich mache. Dann noch was? Schon weiß dann. Jetzt geht's rund. Durchgeladen und ent... Bereit machen, Jungs. Boppa, boppa. Freu mich schon drauf. Wahnsinn. Geht klar. Mayday, Mayday. Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Ja. Worauf soll ich Ballern, Sir? Nur zu. Hat's kaum noch erwarten. Verstanden. Ich glaube, schon spielt. Geht krank, Blanken? Oh, doch. Der Hauptserie ist sicher. Hier komm ich. Positiv. Jawohl. Erweiterung, fertiggestellt. Da ist es, oder? Hallo? Bereitschaften, Jungs! Waren tut das gut, euch zu sehen! Wartet, wir kommen mit euch! Warte, ich kümmere mich drum. Acht mich, durchgeführt. So tut's denn weh. Was liegt da? Aha. Nicht genügend Mineralien. Was wichtig hat? Abmarschbereit! Hier komm ich! Benötige weitere Depots. Was? Es ist schon mal gek. kommt noch was warum nicht aber sicher ich habe mich schon drauf Anwichtiert? Worauf soll ich ballern, Sir? Was nicht passen wird, passen wird. Superfussmarsch. Abmarschbereit. Losgeladen. Was liegt an? Kommt noch was? Wappen. Ist ja nicht mein Geld. Aber prob mal. Ah, ich bin hier. Nicht genügend Minerarien. Sehen vier. In Ordnung. Aber sicher. Warum nicht? Sicher. Wer das ist da? Jetzt geht's uns. Kannst kaum noch erwarten. Basis wird angegriffen. Das darf ich nicht mehr. Bereit machen, Jungs! Wirtschaft! Ich kümmere mich. Was nicht passt mit mir, komm ich! Sie sind der Bus? Durchgeladen und entsichert. Anbleiben, Jungs. Unser Taxi ist auf dem Weg. So. Kommt noch was? Schlechte Neuigkeiten? Verstanden. Abmarschbereit. Räume ich schon drauf. Ganz kaum noch erwarten. DBS einsatzbereit. Bereit machen, Jungs! Durchgeladen! Anliegt an! Kommt noch was? Aber sicher! Verdicht jetzt? Wir brauchen sofort Unterstützung! Feindliche Einheiten überall um uns herum! Hört uns jemand! Verstanden! Ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Aber? Geht ab! Nur zu! Oh, das hat doch wirklich! Hey! Dann können wir ja direkt beim Mittenpunkt gleich starten. Was nicht passt, können wir machen? Welche Neuigkeiten? Was wichtig jetzt? Ja, ja! Was liegt das? Wird ja Macht! Ist ja nicht mein Geld! Wenn nur die Gewaltere gibt es! Wenn nur die Gewaltere gibt es! Wenn nur die Gewaltere gibt es! Ganz kaum noch erwarten! Hier komme ich! Ja, ja! Oder die Gewaltere gibt es! Und da raus Women Und da ziehe sie sich an! Wir haben hier die Gewaltereignen. Jetzt können wir die Gewaltereignen. Ein paar Worte. Wurde die Gewaltereignen. Oh! Neuigkeiten! Wenn das nicht passt, dann passt es ihr Macht. Benötige weiter, geht los. Bereit machen, Jungs! Hier komme ich! Worauf soll ich ballern, Sir? Los, los, los! Los, los, los! Jetzt geht's rund! Jawohl! Mineralienfeld erschöpft. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich bin nicht so der Fall für die, aber die Arme fliegt. Abmarsch, los, los, los! Ah, ich weiß doch noch nicht. Hier komme ich! Worauf soll ich ziehen, kommt noch was? Überfolgbar! Durchgeladen und entsichert! Abmarsch bereit! Bereit machen, Jungs! Nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wir sind bald hier raus. Worauf soll ich ballern, Sir? Überpasta! Daher kommt man wieder viel von der Vorgeschichte mit. Immer mit! Oh, Haigen ja schreckt! Benötige weitere Depots. Verstanden! Nur zu! Aus der Bahn! In Bereitschaft! Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Und wichtig jetzt? Warten! Darf sonst noch was sein? Aha! Kommt noch was? Geht drauf! Ich kümmere mich drum! Bingo! Aber sicher! WBF einsatzbereit! WBF bereit! Verstanden! Hier komme ich! Selbstverständlich! Freu mich schon drauf! Positiv! In Ordnung! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Basis wird angegriffen. Roger! Ja, wie man das so nennt. Hör zu! Aus der Bahn! Aus der Bahn! Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Also, ähm... Also, ähm... Wie das jetzt heißt... So, pack' ja nicht. Diese Lame gibt es nicht mehr da. Heiße, die gibt es normalerweise nicht. Ich hab' ja nicht mehr! Worauf soll ich fallen, Sir? Aber sicher! Bereit machen, Jungs! Kommt noch was? Wir haben gerufen. Bitte bitte die Achtgeber-Pallaischen-Wenkel. Abtausch, was ich da? Losgeladen! Manda, Matt Horner hier. Durchhalten. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Nur keine Eile, Matt. Lass dir ruhig Zeit. Kommt noch was? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Die Basis wird angegriffen. Die Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Warte. Nur zu. Die Basis wird angegriffen. Die Basis wird angegriffen. Losgeladen und entsichert. Das Traum noch erwartet. Kavallerie ist hier. Ich bin hier raus Ich bin hier geboren Mann, Jimmy. Du steckst voller Überraschungen. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Wurfsprung auf mein Kommando. Jetzt. Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen Sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Karaus zu einem der ersten geliebten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwäldern erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Neue exklusive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schaue mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir, wenn Tychus Findler mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Es hält mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an Cowboy? Was gibt es neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja. Hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kassel. Aber dieses Artefakt, das wir auf Machs Sarah aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, so dass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017